Mit der Schwebebahn fahren wir zum Gaskessel. Haltestelle Oberbahnen. Wir freuen uns auf ein immersives, großartiges Erlebnis. 360 Grad Emotion. Auf gemütlichen Sitzkissen tauchen wir ein in Europas größte Projektion aus 250 berühmten Gemälden des einzigartigen Claude Monet. Rebell und Genie. Mit wunderschöner Musik werden die Kunstwerke zum Leben erweckt. Auf dem 65 Meter hohen Dach des Gaskessels könnt ihr auf dem Skywalk einzigartige Ausblicke über Wuppertal genießen. Im Erdgeschoss des Gaskessels befindet sich ein hippes Restaurant mit köstlichem Espresso. Eine Schwebebahnfahrt ist ein Muss in Wuppertal. Das Wahrzeichen fährt auf einer ca. 13 Kilometer lang Strecke durch die Stadt. Größtenteils natürlich über die Wuppertal.